10.000 kanalabonnenten und youtube ich kann es kaum glauben vielen 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 dank dass meine kleinen bastel und nähe abenteuer hier in australien so viel anklang finden das macht mich sehr sehr glücklich vielen 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 dank so als dankeschön wollte ich ein kleines giveaway machen und zwar gibt es eine handtasche zu gewinnen eine meiner lieblings handtaschen die semi boho tasche super schön und geräumig und die hat auch ein wunderschönes farbenmixband hier hier ist das farbenmixband ist es nicht so süß von lucia pimpinella mit den vögelchen und dann werde ich auch noch drei weitere gewinner auswählen die sich jeweils ein schnittmuster aus meinem shop aussuchen können und um teilzunehmen geht auch über zu meinen instagram folge mir da like das foto von dem giveaway und hinterlassen einen kommentar mit welchem schnitt du gern gewinnen würdest wenn du einer der drei gewinner sein wirst vielen dank für das kanal aber noch mal das freut mich echt sehr 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 vielen dank für all die lieben kommentare und die nachrichten mit ideen für neue videos und so weiter ich drücke die däumchen dass du den entweder die tasche oder eine von den drei schnittmustern gewinnst und ja vielen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss